Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomatenspiele.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie ihr einfach ein Konto beim Gaming Club eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite findet ihr gleich die Schaltfläche Jetzt spielen. Daraufhin wird ein Download ausgeführt. Es besteht aber auch optional die Möglichkeit, das Spiel per Flash im Browser zu spielen. Die Anmeldung kann dann entweder im Browser oder auch mit der kostenfreien Downloadsoftware durchgeführt werden. Dabei gibt es immer sehr interessante Willkommensbonus-Aktionen. Diese werden auch nochmal auf einer Extra-Seite aufgelistet. Zum Beispiel gibt es den ersten Bonus, der beantragt werden kann und bis zu 200 Euro groß ist. Unten werden dann noch diverse Beispiele aufgelistet. Zudem gibt es auch noch einen zweiten Bonus und weitere Bonus-Angebote von Zeit zu Zeit. Für die Einzahlung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Am Computer kann man ganz einfach per Mastercard oder Visa, also per Kreditkarte einzahlen. Es wird aber auch Sofortüberweisung und sogar die PaySafe-Card unterstützt. Für Handyspieler gibt es dann zusätzlich noch den Dienst Netella. Auf der Internetseite vom Gaming Club gibt es einige Informationen zu den angebotenen Casino-Spielen. Diese sind in den Kategorien Spielautomaten, Roulette, Blackjack, Videopoker, Spielautomaten-Turniere und auch Blackjack-Turniere. Das komplette Angebot steht euch dann natürlich zur Verfügung, wenn ihr die Software herunterladet oder auch per Flash im Browser spielt. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun im Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.